Konnichiwa, Bitches! Ah, es geht weiter. Oh mein Gott! Unglaublich. Cool, es geht jetzt. Ah, jetzt kommt es. 1885, die Eisenbahn wurde erfunden. Dann hab ich das so durcheinander gebracht. Das sieht alles ziemlich gebrechlich aus. Hey! Bam! Nein! Löff dich los! Die ganze Meude an. Und wollte erstmal Fersengeld einsammeln. Damit sie sich wieder verpissen können. Oh, er hat böse, fiese Sicheln an Ketten. Sicheln? Ja, das waren so kleine... Ja, Sen... Ne, Sicheln. Ja. Okay, jetzt werden wir mal gucken. Oh mein Gott, ein Pferd, die können sogar reiten. Oh ja. Ja. Sie haben nicht nur sehr modische Klamotten an. Sie können auch reiten. Krass. Krass. Und sie können aus dem Bild fliegen. Bzw. Beziehungsweise in uns rein. Bam, ey. Bring ich so auf die Kasse. Oh mein Gott, das ist ein Fake! Krass! Genau wie er. Und er. Hält voll nicht auf. Ne, irgendwie in so einem leeren Abteil. Ja, so ein Ding jetzt ständen. Ach lol, ich guck die ganze Zeit auf den blauen. Ne, ich bin auch doof. Naja, aber ja auch mal so. Es ist schwer auseinanderzuhalten. So an diesem einen Band. Hey, die haben an den Knien, an den Armen und halt am Kopf. An den vielen Bändern. Boah. Wo haben die die Startplatten her? Von der Baustelle. Welcher Baustelle? Naja, die meisten Bahnhöfe sind noch im Bau, ne? Ne, wir fahren ja schon. Ähm, nimm du. Boah Banga. Fitts da. Boah, ich hab schon wieder auf den falschen geguckt. Lol, er läuft. Ich denke so, was will er, will er abspringen? Wir sind noch nicht so weit. Du Spoiler. Nein. Wir springen nicht ab. Du Spoiler. Was soll ich denn sagen? Gar nicht. So, Erki ist jetzt für den Rest des Videos ruhig gestellt. Ja. Ich halt das durch. Du hast gerade schon was gesagt. Mein Gott. Feuerwerk. Boah. Nein. Ah, sie rennen mich von hinten um, ey. Au. Und dann geben sie mir auch noch ins Gesicht. Oha, unglaublich. Und er macht hier einen auf... Ich steh mal her. Ins Gesicht. Ja. Du musst sterben. Au. Ach ne, ich hab ihn geschmissen. Das hat mich prevented vom Damage. Au. So, jetzt hier. Ach, jetzt komm. Ist er noch nicht bedient, oder was? Jawoll. So. Ich weiß nicht irgendwie. Ähm, nimm du. Okay. Du hast aber einen dem weniger als ich. Ja, aber ich bin professioneller. Wow. Ja. Jetzt schlag ihn solange du kannst, weil wenn er sich hinlegt, dann kannst du ihn nicht schaden. Und am besten bevor er anfängt, mit Messern zu schmeißen. Au. Okay, wieder Seiten, ne? Ah, cool, ja. Au. Okay, Seiten. Er hat mich mal eben rübergewirbelt. Au. Gottverdammt. Du bist auf Falten, Leute. Ja, ich... Es tut mir leid. Ja, ich weiß, ich bin auf der falschen Seite. Au. Verdammt. Ich hätte die Füße auf der falschen Seite. Puh. Und du bist so. Ja, du bist auch auf der falschen Seite. Ja, weil du gestorben bist. Oh, lol, ey, was... Normalerweise fresse ich die Dinger nicht so. Oh, lol. Was geht mit ihm ab, ey? Er verdient mal richtig auf die Finger. Du hast zwei Leben schon an ihm verloren. Ich weiß, ich bin... Ich weiß nicht. Er ist halt so grün wie wir und da denke ich halt, er ist ein Kumpel. Ah, nice one. Wow, shoot! Stell ich in die Mitte fürs Foto. Worry my shell, I wanted Knie. Knie. Da steht Knie. Da steht Knie. Ja, sag ich doch Knie. Ja, okay. Okay. 2020, das ist ja bald. Da müssen wir jetzt sehen, sonst müssen wir nochmal mit 2020 dann vergleichen, das Spiel. Ob das auch originalgetreu ist. Ja, ich glaub schon. Keine Sorge, du kannst da nicht runterfallen. Sind wir hier in S0 oder so? Ja, es hat den Anschein so ein bisschen, aber nein. Einfach nur warten, bis sie kommen und dann einmal schlagen. Au. Ja, sorry. Deine Straßenseite, deine Gegner, meine Straßenseite. Ich bin doch kein Engländer und fahr auf der linken Seite, wer bin ich denn? Ein Engländer. Aha. Die Bombe gefressen, wie du bist. Oh, Kurven, nein. Oh mein Gott. Die Kurven sind so schlecht gemacht. Oh. Au. 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 naja ja bleib doch mal ruhig superman ist es ein vogel nein es ist ein flugzeug wo mein gott man sieht ich glaube dass wir in world trade center fliegen naja 2020 haben sie bestimmt wieder was aufgebaut und achtung ich habe die rakete für dich eingesteckt damit wir weiter schaden machen können oh scheiße was auch jetzt solltest du ausweichen nicht so wie ich und ich von jedem zweiten dingen treffen lassen hatte ich dir schon mal rüber es geht relativ fix weiter er verfolgt mich ich bin auf die windows taste gekommen hoffentlich sind wir jetzt nicht asynchron naja sollt schon laufen ok und jetzt machen wir wieder na ja ja es ging ein bisschen schneller aber müssen ja nicht überziehen du darfst abmoderieren ok verdammtes youtube haut rein